Mein Name ist Daniela Biri, ich bin Pflegedirektorin seit dem November letzten Jahres hier in der Mirian-Iselin-Klinik. Ich durfte die Funktion von meiner langjährigen Vorgängerin Michelle Montenach übernehmen. Ich bin sehr erfreut darüber, was ich antroffen habe. Mirian-Iselin ist eine ausserordentliche Freundlichkeit, die gelebt wird. Die Leute arbeiten miteinander, sie sind flexibel, sie sind aufmerksam und sie arbeiten vor allem im Dienst des Patienten. Das gefällt mir sehr. Das Jahr 2015 wie auch das Jahr 2016, das sind sicher Jahre von Veränderungen. Der Umbau der Klinik West hat in der Planung ja letztes Jahr schon angefangen. Da durfte ich mittendrin einsteigen und das jetzt weiterführen. Der Umbau bedingt, dass wir zwei Stationen schliessen, dass wir Provisorien errichten. Und das sind Herausforderungen, die auf der einen Seite Verunsicherungen auslösen und auf der anderen Seite auch ganz viele Aussichten geben auf Neues, auf neue Abläufe, auf neue Räumlichkeiten, auf viel, viel Gefreites. Ich persönlich freue mich sehr auf die kommende Zeit. Ich selber habe Freude am Mitgestalten, an den Veränderungen, an der Zukunft. Und ich bin überzeugt, dass meine Mitarbeiter, wie auch alle Mitarbeiter in der Klinik, hier mithelfen, ihre Ideen einbringen, sodass wir nach dem Umbau noch einmal unsere Klinik verschönert haben und insbesondere den neuen Private Wing dürfen eröffnen, der uns mit Stolz erfüllen wird, unsere Privatpatienten dort zu betreuen.